Wir leben in einer VUCA-Welt und alles muss Agile sein. Tagesstart, Sprint-Review, Timeboxing und so weiter. Selbst der Bürohund soll zum Agility-Kurs. Und klassisches Prozessmanagement? Braucht's das nicht mehr? Aus meiner Sicht schließen sich Prozessmanagement und Agilität nicht aus, sondern ergänzen sich bzw. meinen das Gleiche bei unterschiedlicher Bezeichnung. Meine Sicht auf die Dinge verrate ich Ihnen in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Seit rund 20 Jahren gibt es sogenannte agile Konzepte, die durch die Softwareentwicklung bekannt wurden, ihre Wurzeln aber im Lean-Management haben. Scrum ist sicher davon das bekannteste. Die Idee dahinter ist, in schnellen Zyklen Funktionen zu entwickeln, die der Kunde testen und ausprobieren kann, um seine Erwartungen auch schnell wieder an das Entwicklerteam zurückzuspielen. So kann man ganz flexibel auf gutes wie schlechtes Feedback eben reagieren und die Gefahr eines Scheiterns des gesamten Softwareprojekts wird deutlich minimiert. Also schnelles Lernen hat sich in Entwicklungsbereichen als äußerst sinnvoll erwiesen. Und auch dieses schnelle Testen und einen Prototypen bauen ist auch in der Produktentwicklung mittlerweile etabliert und macht da wirklich richtig viel Sinn. Dagegen arbeitet Prozessmanagement mit dokumentierten Flussdiagrammen, mit Anweisungen etc. Prozessmanagement wirkt oftmal eher sehr strukturiert, wenig flexibel und damit auch schwerfällig. Man könnte agile Methoden auch als rote Bereiche verstehen und Prozessmanagement als die klassische blaue Welt. Und wer sich mit der roten und der blauen Welt mal intensiver beschäftigen möchte, für den habe ich hier schöne Hintergrundvideos, in denen die beiden Welten mal genauer vorgestellt werden. Dann lohnt es sich mal reinzugucken. Ich habe das im Gespräch mit der Barbara Bayer gemacht, die da ganz viel Expertise auch mit drin hat. Schauen Sie mal mit rein. Und ja, man kann auch einen Prozess noch so genau beschreiben. Der Mensch und der Zufall sind Faktoren, die immer für Überraschungen gut sind und den besten Plan über den Haufen schmeißen. Aber deshalb alles chaotisch? Ist deswegen alles unvorhersehbar? Ich glaube es nicht. Ich bin persönlich der Ansicht, dass sich agile Methoden und Prozessmanagement wunderbar ergänzen können. Vielleicht sollen wir mal damit beginnen zu klären, ob ein Ereignis, ein Phänomen oder ein Ablauf für mich und mein Unternehmen neu ist oder ob es für die Menschheit global gesehen komplett neu ist. Denn im ersten Fall, also wenn die Vorgehensweise für mich und mein Unternehmen Neues ist aber in anderen Branchen oder Ländern schon mal vorgekommen ist oder schon erfunden wurde oder schon mal irgendwie damit sich auseinandergesetzt wurde, dann kann man sich ja wirklich weiterbilden. Man kann ja mal wirklich recherchieren, wie ist es denn da gemacht worden, um daraus zu laden. Und oft gibt es dann eben sogenannte Prozessframeworks, also Musterprozesse für bestimmte Industriezweige oder Branchen, die sind eben bereits definiert. Da gibt es entsprechend große Gesellschaften. EPQC zum Beispiel ist eine, da kann man sich eben solche Musterprozesslandschaften runterladen gegen den Beitrag und kann die sich entsprechend anschauen und übernehmen. Was ich damit sagen will, ist so unbekannt. Also das U aus der VUCA-Welt ist vieles nicht. Es mag vielleicht für mich persönlich unbekannt sein oder für mein Unternehmen unbekannt sein, aber nicht für die Menschheit als solches. Und es ist auch aus meiner Sicht her nicht alles so volatil, wie es erscheint. Natürlich gibt es Volatilität, also Dinge, die unvorhergesehen sind. Bitte verstehen Sie mich, da ist es nicht falsch. Aber ein Teil der Volatilität ist im Unternehmensumfeld auch hausgemacht, indem man sich über Ziele eben nicht darüber nachgedacht hat und sich nicht überlegt hat, was ich eigentlich möchte und diese Ziele dann auch nicht festgelegt hat. Wenn ich mir in der Zukunft keinen Ankerpunkt lege, also einen weit entfernten Punkt am Horizont habe, die klassische Unternehmensvision, dann verschwimmt auch die Gegenwart. Und ich kenne leider genügend Unternehmen, die sich weder um ihre Mission, ihre Vision oder gar um Prozessziele Gedanken gemacht haben. Weil diese Klärung ist unglaublich mühevoll. Gerade wenn man es das erste Mal macht und eben dann nicht nur aktualisiert, sondern wenn man sich das erste Mal wirklich strukturiert damit auseinandersetzen will, was möchte ich eigentlich? Denken Sie mal dran, in Ihrem privaten Umfeld, wenn Sie sich Gedanken darüber machen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen, was ist so meine Zielvorstellung, was gibt mir eigentlich einen Sinn? Und genauso mühevoll ist das für das Unternehmen ja entsprechend auch. Und weil man sich am Ende auch auf etwas festlegen muss. Und ich beobachte zunehmend, dass es Menschen wirklich schwerfällt, sich festzulegen. Man möchte gerne ein bisschen, ja, wie wir hier sagen, einfach sich nicht so festlegen, flexibel bleiben, zu allem Ja und zu nichts Nein sagen und so weiter. Aber man kann es nicht allem recht machen und man kann es sich selber nicht mit allem recht machen. Deswegen eine gewisse Festlegung braucht es dann bei bestimmten Dingen eben schon. Oder eben auch, um den englischen Begriff zu bemühen, sich zu committen. Das ist eigentlich genau dieser Punkt, sich mal wirklich für irgendwas festzulegen. Und wer sich das Thema Vision, Mission und Ziele noch mal in der Nähe ansehen will, für den habe ich hier auch noch eine Video-Empfehlung. Da können Sie mal mit reinschauen, wie man am sechsten so ein Thema angeht, wenn man es dann wirklich mal klären möchte. Und wo ich agile Methoden im Prozessmanagement auch als äußerst hilfreich empfinde, ist zum Beispiel im Bereich der Kommunikation und der Prozessoptimierung. Sich also am Morgen kurz abzusprechen, was heute wichtig ist, finde ich wirklich gut. Also das heißt dann neudeutsch diese Stand-up-Meetings. Aber man kann ja sich wirklich fünf, acht Minuten am Beginn des Tages mit seinen Mitarbeitern mal zusammensetzen und sagen, was ist denn heute wirklich wichtig? Braucht jemand Unterstützung? Was ist denn vielleicht noch von gestern liegen geblieben? So bleiben wirklich alle informiert. Das sind natürlich keine unendlich langen Besprechungen. Aber diese Kurzabsprachen, strukturiert in der Früh, fünf Minuten, sieben Minuten, wie man lange halt entsprechend dafür braucht, das ist das wirklich sinnvoll. Und das hat man eben aus diesen agilen Methoden oft auch ins Prozessmanagement mit übernommen. Und ebenfalls gut finde ich diese kurzen Zyklen, zum Beispiel bei der Prozessoptimierung. Wenn ich jetzt feststelle, dass ein Prozess sein Ziel nicht erreicht, dann kann ich mir ein Optimierungsprojekt wirklich nehmen. Und wenn sich das aber über Monate oder gar Jahre hinzieht, weil es ein riesiges Paket ist, wo dann wieder eine ganz gewaltige Software irgendwie ausgetauscht wird und so weiter, dann ist das aus meiner Sicht das Prozessprojekt einfach falsch zugeschnitten. Also lieber in kleinere Teile und verdaubare Häppchen zerlegen, damit man eben da vernünftig weiterkommt und auch relativ schnell auch Ergebnisse sehen kann. Und man sollte auch diese ersten Teilergebnisse einer Prozessoptimierung wirklich innerhalb von zwei Wochen beobachten können. Bei Scrum nennt sich das Ganze eben Sprint. Das sind eben dann diese Zyklen, die festgelegt sind von der Dauer, zwei Wochen oder vier Wochen, wo dann wirklich auch ein Ergebnis zu sehen ist. Und so sehe ich es auch bei der Prozessoptimierung. Wenn sich das ewig hinzieht, dass da irgendwas passiert, verlieren eigentlich alle die Motivation und es geht dann wirklich weiter. Und dieses Heranrobben an ein gewünschtes Prozessziel durch Ausprobieren, durch Lernen, durch Experimentieren mit kleinen Verbesserungsschritten, das kennt man auch aus der Verbesserungskata von Toyota oder auch dem PDCA-Zyklus. Man überlegt sich, was man ausprobieren möchte, man formuliert quasi ein Experiment und eine Hypothese, probiert es aus und dann lernt man eben daraus, hat es geklappt, bin ich besser geworden oder hat es vielleicht nicht geklappt und ein Experiment darf eben auch scheitern. Es darf eben auch die Erkenntnis sein, hm, was ich mir überlegt habe, funktioniert so vielleicht nicht. Und das sind aber jetzt keine Vorgehensweisen, die man nur bei der Agilität her kennt, sondern das sind zu weiten Teilen gesunder Menschenverstand. Und die kennt man auch bei Toyota und im Lean Management wirklich seit Jahrzehnten. Das ist also auch wirklich was Neues. Und das ist auch ähnlich wie beim Golfspielen. Also mit einem Schlag sofort einzulochen, das Hole in One, das ist ja eher selten. Meistens spielt man ja Stück für Stück in die Nähe des Lochs und dann kann man eben auch am Ende entsprechend präzise abschließen. Und wenn es unterwegs eben starke Windböen gibt, dann kann man eben auch entsprechend korrigieren. Auf der anderen Seite braucht aber zum Beispiel das Stichwort Digitalisierung in vielen Fällen wirklich ganz stabile Prozesse für die Automatisierung. Ansonsten kann ich ja nicht wirklich bestimmte Abläufe einer Maschine übergeben, die sich dann darum entsprechend kümmert. Also solange ich keine Regeln wie, wenn das, dann das formulieren kann, wird es eben mit der Automatisierung wirklich schwierig. Und je klarer der Prozess ist, desto einfacher ist die Automatisierung. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Buchhaltung eben oft der erste Ansatzpunkt der Automatisierung ist, weil hier eben sehr genau festgelegt ist, wie mit den Belegen zu verfahren ist. Und ob sich jetzt Design Thinking inhaltlich so sehr vom bekannten Demarek-Zyklus unterscheidet, das muss mir erst mal noch jemand zeigen. Vielleicht findet sich ja jemand bei den Zuschauern, der da mal Lust drauf hat, wirklich eine Gegenüberstellung zu machen zwischen Design Thinking und dem klassischen Demarek-Zyklus aus dem Six Sigma oder Lean Management. Also ich bin der Ansicht, dass sich Agilität und Prozessmanagement ganz und gar nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig viel mehr befruchten und wirklich ergänzen. Und ich nutze auch wirklich viele Aspekte der Agilität im Prozessmanagement und umgekehrt. Und übrigens auch letztendlich in meinen Kundenunternehmen, zeige ich Ihnen eben, was wirklich das Sinn macht, weil ich einfach ganz tolle Elemente finde, die gut zusammenpassen. Wie sehen Sie das jetzt eigentlich? Welche Beispiele oder Anregungen haben denn Sie zum Thema Agilität und Prozessmanagement? Schreiben Sie es mir doch mal in die Kommentare. Vielleicht entwickelt sich ja zwischen uns wirklich ein lebhafter Dialog. Ich würde mich sehr darüber freuen, deswegen ab in die Kommentare damit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.